ach gemeinde willkommen zurück hier bei konkret let's play together in der absoluten hitze genau mit unserem guten hier der gute der gute und der schlechte ja welcome bei dumm und doof hey let's play dumm und doof together ja ja wir blödeln schon wieder nur rum hier nur blödsinn anstatt mal was machen hier aber nichts produktives hier nur blödsinn fang jetzt an egal was du machst egal was du machst ich baue jetzt die geld ab genau und ich baue nen da immer beziehungsweise die komponenten dafür äh wo ist denn mein ah den hatte ich den hatte ich gestern ins lager geschmissen ja warten da kannst du meinen haben naja den haben schon ja mein hast du auch da will ich die rezepte von dieser daima haste die sind echt katastrophal ne ne die kann ich ja mit dem thriller abbauen die maschinen hier hm ich würd sie lieber woanders abbauen weil könnte sein dass da vielleicht doch irgendwie ja steht rechtsklick mit dem hämmer also sneaken ja es ist ja es ist bei euch eigentlich auch so eine absolute kranke hitze draußen ja es ist schon heiß aber es ist auch gleichzeitig bewölkt irgendwie aber es ist schon heiß ja ja es ist ja bei uns sieht es aus als würde es gleich regnen willst schütten ja bei uns auch aber aber heils halt eben ja voll komisch irgendwie die sache nix ganz verstehen du nicht was muss ich jetzt was soll ich denn machen ach so die maschinen umsetzen irgendetwas hast du mal gesagt wir müssen erstmal einsammeln ja du mach mal ey hop hop nein wir müssen mal hier unten so was brauchen wir denn da noch ein kack nur noch jetzt da fack noch allein das noch allein steigen wir schön ja hier vorne die ecke können wir ja die vorne die ecke die würde ich so lassen äh die links da was ja genau ja hier muss ich halt schauen dass du da wir sind umbauen ist hier aber bei mir aufregen dass ich die ganze bude umbauen ja ja ich mach das ja hier alles mit äh professionell sinn und verstand dass du das eh hast mit sinn und verstand du ach wie ich das hasse da müssen wir uns mal so ein crafting table bauen die von pleite nach tschüssig ey warum ach wegen den äh dem ich in daima rezepten und so ey für die alten krach ja wo du die für die einfach rein tust ja genau die ja 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 ich weiß noch was noch mal acht acht mal daima sollte genügen platzt im hals aber geht nicht anders ach immer falsch manchmal geht es nicht anders hier rein so soll der hier eigentlich bleiben der komische äh hebel ja nie kann es weg tun eigentlich weil wir haben eh unten das gate jetzt weil wir haben ja jetzt gates da sagen wir einfach so dann hier energie ist da und kann soll die anschalten jetzt geht's jetzt geht's los bei der projekte loben kann auch abreißen das brauche ich nicht mehr weißt du doch nicht doch ich hab's auch kohle das macht wenn man mit diese red alloy war ja abbauen das sieht aus als wäre hier als würdest du nee jetzt hab ich moment jetzt hab ich irgendwie alles abgelassen du bist nur unterwegs ey gate abgelassen was mein gate gate aber nix nix einfach nix hab ich nix hab ich gemacht aber alles falsch ne nichts richtig also ich hab nichts richtig gemacht ja eh normales ähm dann bauen wir doch einfach mal hier realisierer als erstes den sooo dann war das glaub ich irgendwie so genau ähm filter wollte ich bauen rolling machine die können wir ja ach bin die tonne ja die ist halt blöd ich weiß nicht die brauchst du ich geh in bitcraft energie da wollen wir ein bisschen drauf achten dass wir die nicht angeschlossen haben da fehlt halt noch bei thermalexpansions irgendwie schalter dass das andere abschalten kannst also wir machen die eigene wetze und zähle dafür das jetzt dann stellen wir die so hier hin guck mal haben wir hier die crafting table machen wir das mit der komischen der voll komisch konkreten mh ok rolling machine zum eins haben wir auf jeden fall voll konkret alter voll konkret alter kann man gelten lassen dann haben wir hier noch generatoren dreh mehr strom es muss viel mehr strom wir brauchen viel mehr strom mehr haben wir hier noch irgendwo pistons gehabt wo baue ich denn jetzt wo baue ich denn jetzt die rolling machine hin ja gute frage nächste frage ja wir müssen ja irgendwie zusehen dass man die erst mal erst mal was weil das problem ist die brauchen wir immer wieder jetzt wenn wir sie hoch bauen dann können wir sie an und ausschalten erst mal ja 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 das ist irgendwie ja oder du brauchst nie weißt du wie du brauchst ne trapdoor vorne hier vorne ja und dann stellst du eins tiefer da kannst du nicht wept da machen und immer mit rechtsklick mit der range oder hier dazu einfach zum beispiel ne trapdoor die machst du dann auf rechtsklick dann ist ein und wieder zu machen wo ich weiß nicht am besten stellst du hier hin weil ich denke mal oder weiß nicht wo wir mit der leitung runter gehen keine ahnung was fragst du mich du hättest mich hier von arbeiten ab ja ich niemals niemals du doch nicht niemals würde ich das tun ich kann da gar nicht weiter beim arbeiten hier oh das war das war eins zu niedrig das hat sie in den Boden reingestellt oder was so jetzt steht sie richtig ich legen wir hier noch ein bisschen Babels hin weil wir wollen nämlich dann nochmal ein bisschen Energieversorgung ein bisschen umbauen und das sieht irgendwie ein bisschen kacke aus was wollte ich denn eigentlich noch machen ah wieder ganz durcheinander hier vergesslich ein Carpenter wollte ich noch bauen hier machen wir jetzt noch ein äh äh zu den kälsigen braun sie jede Menge ein Carpenter ein Carpenter ich weiß nicht mehr wie du gehst was ich muss sogar schon nach einer Trapdoor gucken jetzt wie du funktionierst ja ich denke eine gute Frage das weiß ich jetzt selbst gar nicht so sechs Holz äh nebeneinander ok ach so wie in der Tür nur liegen ne ja so irgendwie war das du so 1 2 passt äh Sack so Kopf und Bohren so ja ko 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 das ist kein komischer Name das würde doch ja wie die Mame ja ich hab die Idee wohin machen wir die ganze vorste Maschinen mal hier mal hier was denn wenn wir das jetzt so machen dann können wir hier oben drauf die Redstone Energy Zell stellen oder achso zum laden immer dann zum laden und abnehmen immer sieht doch ganz cool aus da oben ja woher machen wir zum Beispiel Carpenter und den so Fuge da und den ganzen Kack am besten spielte dann wollen wir dann hier weitermachen das ist ja immer so das ist ja immer so partweise hier vorne haben wir Industrial Craft hier haben wir Thermal Expansion und dann hier genau dann können wir nämlich ja hier können wir dann wieder ein paar Projekte über hinklotschen da haben wir nämlich dann grad wieder genau ähm dann brauchen wir hier weißt du was wir noch brauchen die sind komisch um die Tubes zu erstellen wie heißt der oder brauchen wir die überhaupt Ups äh ja wie heißt denn die Baumschule auf Englisch ähm Abo Aboleitum oder so Abo Abo ich guck an Abo ne so hier haben wir das Abo Al Alboleitum A R B O R Alboleitum nein oder A 9 4 2 Aboleitum Aboleitum ja Aboleitum 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 B O Aboleitum Der Thermonic Fabricator, der braucht auch durchgehend Strom, ne? Jo. Natürlich auch wieder so ein Gerät, was man an- und abschalten sollte. Yes, baby. Yes, baby. Dann machen wir den hier hin. Hast du Energie-Konduktives-Pibes? Äh, Redstone Energy Conduit. Genau, so eine Kacke. Ich hab extra... Sieh, da kommen sogar zwei Traptors bei raus. Ja, da macht da noch eine hin. Und sag. Jetzt muss man unten auch eine Beibränder, damit man anderen Abschalten kann. Ja. Död hier. Toll. Egal. Gut, dann schauen wir mal, dass er abtüren kann. ...denn so wegmachen, weil der hat ja einen Zierkopf. Da brauchen wir jetzt Gold und Rettstum. Ach, mein Ohr, ich hasse das. Gold. Gold? Gold. Gold, Gold. Kannst du bei mir kaufen. Zahngold. Verkauf ich dir Zahngold, mach ich einen guten Preis, mein Freund. Höchst doch nur für dich, ne? Du bist mein guter österreichischer Kunde, mach ich einen guten Preis. Nee, nix. Sicher nicht mit dir. Hallo? Nix gute Geschäft und Arbeit. So, jetzt haben wir das hier. Jetzt müssen wir mal wieder Energie, Energie... Äh, warum haben wir hier keine Energie? Achso, ja. Schließ unten mal an. Ich brauch hier Strom, Strom. Gibt soziale Energie. So, dann die Arbeitsmaschine. Oder auch nicht. Ja, du, äh, das erst mal provisorisch anbauen hier. Nee, brauch ich nicht, ich hab schon Energie. Haben wir auch Energiezelle. Oh, weil dann kann ich das hier unten nämlich alles abbauen. Genau, so, dann so. Machen wir gleich mehr da. Ich brauch mal ein bisschen Stone, ich brauch Stone. Ich hab hier Löcher in den Boden. Dann brauchen wir noch Diamanten. Dann Eisen. So. Ich mach gleich mal mehr Diups, wenn wir schon dabei sind da. Ich hab konkret Löcher in den Boden gehauen. Es ist so warm, es ist so warm. Spül. Schwule, Spül. Schwule, Spüle. Spüle. Ja, wisst ihr was? Nee, weiß ich nicht. Wasser ist nass. Ich brauch jetzt die auch noch ab hier. Ähm. Die Mood. Schwül, alter Schwül. Weißt du, was mal ein Ding wär für die, für die. Für was? Engines, für die Energy Engines. Für die Energy Engines. Upgrades da. Ja, wär mal ne Möglichkeit. Warte mal, da brauchen wir den Bildkraftstrom. Dann gehen wir hier rein. Dann brauchen wir einen kleinen Raum hier. So. Voll konkret, Alter. So. Ich glaub, zünden wir das, ne? Oder auch nicht. Oder nicht. Oder auch nicht. Achso, Wasser. Das ist das B-Circuit. Okay, Wasser. Lächeln mit dem Ding, ey. Was ist das für ne Schmerzen, du? Ja, mit dem, ey, wie Chainsy 5. Ich hau hier, ich reiß hier mir die ganze Zeit die Wand ein. Ja, ist ja nicht so schlimm, ey. Doch, das ärgert mich. Das sieht schön aus. Mami. Mami. Warum muss ich einfach mal mit Cobblestone-Zug? Ja, da könnte man, oder? So aufpassen mit dem Ding. Das ist halt das Problem, wenn man mehr bauen will. Zum meinen ist das geil. Zum meinen ist das richtig geil. Du läufst hin und machst einfach eine Reihe nach der anderen. Bam, 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 bam. Ja, aber hier bei so genauen Arbeiten, da wäre gut, dass man das irgendwie abschalten könnte fast. Aber bei so genauen Arbeiten ist das echt... Außer man nimmt einen zweiten Will. So wie der lauter Legend. Ein Bockdum. Und dann brauchen wir noch diesen Logger, ne? Ich glaube, es hat ja geheißen. Ja, 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 ja. Aber die gleiche Kacke nochmal. Die gleiche Kacke nochmal. Nur halt mit Diamanten. Das ist doch das vielleicht halt das Energieröhmchen, oder? Ja, das ist das... Ich habe es nicht gesehen. Also wer es sehen will, muss bei Ihnen schauen, nicht bei mir. Oh, du kannst es auch dir mal ruhig mal angucken hier. Das kannst du mal ruhig mal tun. Nee, dann kriege ich Augenkrebs. Meine gute Arbeit hier. Dann kriege ich wieder Augenkrebs. Warum? Weil ich das immer kriege. So, ich habe die Farm fertig. Habe ich schon wieder. Ich habe die ganze Zeit Löcher hier in die Wand. Hast du eigentlich die, 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 die Tesseract fertig? Nö. Nicht. Nö. Hast du die wenigstens drin gehabt? Nö. Nicht. Alter, da sind vier, ne, acht Enderpearl weg. Scheiße. Ach, du Kuck. Mann, du bist wohl so ein... Ich hatte... Ah, nein. Ah, Mann. Auch die Enderpearl. Ich flippe auch. Ich habe extra die Enderpearlen, habe ich extra schon geschmolzen. Ich lasse aus. Kann nicht was. Ich wünsche dir viel Spaß beim Endermanjagen. Ah, nein. Alter, jetzt wo ich sie bräuchte... Ah, ich habe das... Dann habe ich das Ding eben einfach abgebaut, ohne vorher die Enderpearlen zu machen. Lauter schnell, schneller, anstatt zu überlegen. Ah, Mann. Ah, Mann. Haben wir... Wie viel Energie... Wie viel Konjunktivpipes hast du denn noch? Dreck. Ich habe gar nicht dran gedacht. Hast du die Energiekonjunktivpipes bei dir? Ja, die habe ich einstecken. Ja, warte, gib mal her da. Wohin bauen wir die Farm? Äh. Ich würde sagen, so links vor den Primern. Oder? Okay, gib mal die Pipes hin. Wie viele denn? Drei. Eins, zwei, drei, ja. Weil dann kann ich nämlich mal hier die... Stromversorgung... Dann gehe ich mal die dämliche Farm aufbauen, dann müssen wir eh dann noch dieses... Was braucht das? Moor... Ja, der oder wie der heißt, ne? Moorf oder was? Keine Ahnung, was die... Boah, ich finde so blöd, ey. Ich finde so blöd. Baum wir die direkt in den Boden rein und eins höher. Ja, eins höher ist doch... Weil direkt in den Boden, dann hat das kein... Irgendwie so ein Abschluss. Äh, steinigt mich, kreuzigt mich. Ja, am besten. Ich bin echt zu blöd. So, was ist denn das jetzt Moor-Erde, oder? Moor? Nee. Falsch. Wie heißt denn der Kack auf Englisch? Das heißt ja nicht Moor-Erde. Hummus. Nee, oder? Ah, doch. Könnte hinkommen. Das geht uns zur Energie. Brauchen wir dann noch... Das muss man ja nicht. Kakaobohnen, die habe ich irgendwo aufgestellt. Ja, da sind sie. Ich habe ja bewusst, dass ihr die braucht. Ich habe dich noch gefragt, wofür die blöden Kakaobohnen aufstehen. Ja, ich weiß es, weil ich in Singleplayer Let's Play das gleiche Problem hatte. Was ich Kakaobohnen bräuchte. So, so, so. Deswegen. Anstatt diesen Fertilizer, dann können wir den Fertilizer später für die Multifarm nehmen. Oh, da hat mein Handy vibriert. War das wohl nicht der Vibrator? Wer meldet sich denn? Diese Uhrzeite. Naja. Es gibt Leute, die melden sich dann noch zu ganz anderen Uhrzeiten. Ja, ne? Wenn Leute schlafen. Ja, ja. Heute gibt es gut zum Glück kein Schlafen, ne, Phil? Naja, ja. Mal gucken. Nee, nee, nix gucken. Du hast gesagt, heute machen wir mal durch. Voll die Let's Play ist 24 Stunden. Ja, genau, 24 Stunden, Let's Play together. Wir könnten aber auch mal eine Livestream machen, oder? Wenn die Leute das wollen. Ja. Dann könnten wir mal länger machen. Bin jetzt dämlich. Ah, das war nicht... Okay, falsch. Das war Kompost. Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare. Livestream? Ja, nein, scheiße, euch im Livestream sehen, haben wir gar keinen Bock drauf. Oder yeah, gute Idee, gute Idee. Den Hesse mit der großen Fräse, den Dumbabler und den Edgrafty. Livestream? Geh, geile Sache, geile Scheiße. Schreibt in die Kommentare. Genau. Schreibt es einfach in die Kommentare. So, Klaas. Ja, ich brauche so vieles, hab's aber nicht. Warum? Was brauchst du denn? Ja, ich hab verdammt. Schokolade, was brauchst du denn? Das war Kompost und nicht... ...das, was ich dachte. Keine Kakaobohne, sondern das war Kompost. Aber egal. Feier... Ach, so ein Lager ist schon geil. So ein Lager ist echt geil. Ja, vor allem, wenn man schön alles in den Überblick hat. Schön suchen kann, vor allem. Das ist mal gut, ne? Kann schön nach Items suchen, wenn man was braucht. Aber ich mach dann... Mach dann gleich... Ja, hatte ich dich das eben gefragt? Was hältst du nur von diesen Upgrades für die... Dann brauchst du nicht so viele Engines. Hast du gesagt? Ich hab gesagt, ja. Ich hab auch ja gesagt. Müsst du mir bauen. Oh, du hörst mir nicht so. Wo ist denn nicht umher? Ich hab's dir auch gesagt. So. Ey, mir ist so... Mir läuft fast die Brühe. Mir ist so warm. So, jetzt baut er hier auf, genau. Was hilft denn gegen Hitze? Einfach mal so ein... Wasser, Eis. Eis, Eis. Ausziehen, mach dich nackig, ey. Eis, ein eiskaltes Bier. Hab ich da stehen. Prost. Eiskaltes Bier. Seh natürlich mal. Ach. Hab ich immer daneben stehen. Immer? Sonst, da trau ich dich nicht. Damit du alles... Oh, das hab ich ja jetzt nicht gehört, ey. Das war alles. Ja, ist das so. Wer trägt dich schon? Da, du. Na, stimmt. Gezwungenermaßen halt, ne? Ey, ja, so kannst du das ja auch nicht sagen. Nicht auch. Hab dich ja nicht gezwungen hier. Ne, auf keinen Fall, ne. Entweder du machst das oder ich düte dich so auf die Art und Weise, ne? Mach das oder... Oder du erlebst den Morgentag. Oder mach das. Mach das oder mach das einfach. Mach das oder tu es einfach. Genau. Mach das oder mach ich es einfach nicht. Ähm. Keine Ahnung, wo diese Items rauskommen, deswegen haben wir mal hier alle Kisten voll. Hier, da hauen wir mal noch. Da hauen wir mal noch die... Also die Farm funktioniert. Komm mal schauen, guck. Das ist schon mal sehr gut. Komm mal gucken, schnell. Warte. Damit wir dann die nächste Folge aufnehmen können. Ja, 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 ja. So. Komma gefliegt. Den, 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 den. Ey, was ist denn gerade? Hier haben wir unseren Creeper, der hier gefangen ist. Der lebt schon seit Jahren hier. Ja, das ist Joe übrigens, das ist Joe. Kann ich es vorstellen? Oh nein, 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 oh. Ey, will ich den Joe töten? Mann, du hast Joe getötet. Oh, die haben explodiert. Oh, Joe, Mann. Weißt du, wie schwer war, die zu züchten? Hier unsere super duper Farben. Ja, das können wir dann auch hier schön, wenn ich dann mal die Tesseracts dann... ...die Enderpöhr eingefunden hast. Da ist überhaupt nichts drin hier. Ja, warten. So, jetzt nochmal hier mal wieder aktivieren, dann kann ein Baum fällen da. Da müssen wir einen Dimer machen, dass der nicht immer läuft, sondern nur... Zack, 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 zack. Und weg ist er. Und ziehe da, Jürgen. Äpfel. Ja, da können wir uns gesund ernähren. Äpfel. Ja, genau, so gesund. Ich habe mir das echt mal überlegt. Ich habe mir jetzt oftmals schon so Videos angeguckt auf YouTube. So vegetarisch oder vegan leben. Weißt du, wäre das was für dich? Nee, auf keinen Fall. Hä? Ja, eigentlich für mich auch nett. Aber ich habe mir das jetzt schon mal angeguckt. Und es gibt ja echt schon viele Alternativ-Sachen irgendwie. Ich würde es gerne vielleicht mal ausprobieren, so für einen Monat oder so. Weißt du, einfach mal, um zu... Ein bisschen ob wirkt, ne? ...mal was Neues. Ja, oder mal was Neues. Ja, es ist... Das ist ein Problem, dass ich dann wahrscheinlich nicht verhungern würde. Wenn ich nicht mein Fleisch am Tag bekomme, dann... ...sterbe ich. Ja, das stimmt schon. Weil ich muss halt aufpassen, dass ich nicht Untergewicht bekommen kann. Noch hey. Ja, ja. Ich habe halt das Gegenteil von vielen anderen. Ich muss schauen, dass ich Kilo zunehme, anstatt ab. Aber gut, du kannst ja nicht, die ganze... Es sind ja, gibt ja auch viele, die schlank sind und trotzdem vegan leben. Was ich meine? Ja, klar, das schon, aber... War das eben so... Keine Ahnung, müsste man mal gucken. Müsste man sich mal irgendwie genauer... Oder mal mit einem sprechen, der das macht oder... Aber ich sage halt so, dass man dann wirklich streng nach denen lebt und auch die Kinder daran leben müssen und so, ist sowas... Ja, nee. Vielleicht gibt es ja dann wirklich so Verrückte, die wirklich sagen, nee, und jetzt leben alle so, weil er lebt auch so und... Ja, nee, ich finde schon mal, sollte das die Entscheidung demjenigen selbst überlassen, wie er das gerne möchte. Aber wenn deine Kinder sagen, nee, ich möchte aber trotzdem mal ein schönes Day come Dark haben oder so, keine Ahnung, dann bin ich das natürlich schon lassen. Ja, klar, ja, guck mal, ich habe jetzt hier umgebaut, guck's dir an. Ja, schon geschaut, geschaut. Redstone-Leitung finden, oder? Ja, ja, klar, die muss dann hier an die... Ja. Ja, dann würde ich sagen... Halt, ich will das noch schnell machen, ich will das noch schnell machen. Schnell, 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 aber... Dann die Skate drauf. Und sagen, okay. CanEnergyStorage. CanEnergy, Redstone. Genau. Einfach hier... Runter und hinten entlang, das hast du eh gut gebaut. Oh, zack. Ich kann nicht so blöd, wie du ausschaust. Nee, ja, ja, ich will nicht. Nee, nicht. Genau, jetzt musst du hier noch umdrehen, weil die sind blau, die müssen normal sein. Ah, stimmt, da, da achte ich irgendwie nicht drauf. Zack, zack. Genau. Hier habe ich schon umgedreht, dann CanEnergy, ja, dann ist das so ein Eigenläufer hier. Genau, ja, solange hier Energie verbraucht wird, läuft das, fertig. Und hier, das hier machen wir noch, da machen wir in der nächsten Folge, oder? Jetzt haben wir schon vieles gebaut. Was sind die nächsten Folgen meist? Ja, hier die Upgrades hier für... Ja, das machen wir in der nächsten. Damit haben wir schon einiges, so eine Umbauaktion muss ja auch mal sein. Genau, es wird dann auch noch die Stromversorgung umgebaut mal. Genau. Da werde ich in der nächsten Folge Stromversorgung machen und tun die Upgrades. Das wir mal umgebaut, umgetauscht haben. Ja, 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 ja. Gut, dann würde ich mich mal verabschieden. Ja. Schreibt in die Kommentare, ob ihr auch Vegetarier sein wollt oder nicht. Genau. Ich sage gleich nein. Und, und, schreibt, schreibt, würde, mich würde es echt mal interessieren, wenn sich damit jemand auskennt, wenn sich damit, wenn sich jemand bereit erklären würde, mir mal ein paar Infos dazu zu geben, dann meldet euch, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und, Livestream. Ja, nein, wollt ihr die Hackfressen sehen, beziehungsweise live hören oder nicht, oder ja oder nein, schreibt es in die Kommentare. Genau. Oh. Dann war es das. Ja. Wie getan, wenig Zeit. Ja. Ich wünsche euch mal. Immer, wir sind für vieles zu haben, zu nichts zu gebrauchen. Genau, so ungefähr. Zumindest das Klo hier. Also dann, ciao, Leute. Stay tuned. Bye-bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.